Meine Güte, ist das ein stabiler Karton. Da bin ich ja schon richtig auf die LC3 gespannt. Also weg mit dem Karton und her mit der LC3. Wie man sieht, ist die LC3 eine Kombination aus einer Wandlampe und einer Kamera. Und somit ein sehr interessantes 2 in 1 Produkt von EasyVis. EasyVis hat mir die LC3 für die Videoproduktion kostenlos überlassen. Deshalb blende ich hier oben Werbevideo ein. Trotzdem könnt ihr euch auf ein neutrales und unabhängiges Video freuen. Schließlich deckt der Gegenwert der LC3 bei weit nicht die Kosten der Videoproduktion ab. Durch die Lampen-Kamera-Kombination erhaltet ihr zum einen eine schöne Wandlampe und zum anderen eine unauffällige Überwachungskamera, die ideal für den Eingangsbereich geeignet ist. Und das erwartet euch in diesem Video. Zunächst zeige ich, was geliefert wird und danach gehe ich detailliert und mit vielen zusätzlichen Informationen auf die technischen Daten ein. Dadurch wird sehr schnell klar, was die LC3 so alles kann. Ich starte mit dem Lieferumfang. Neben der Verpackung, die ich im Übrigen aufbewahren werde, die ist nämlich wirklich stabil, erhaltet ihr die Lampen-Kamera-Kombination LC3, vier Schrauben mit Dübeln, eine Bohrschablone, vier Dichtungen und einige Dokumente. Weiter geht's mit den technischen Daten. Im oberen Bereich befindet sich die LED-Lampe. Dieser Gehäuse-Teil besteht aus Metall. Ich vermute, dass es sich um eine Aluminiumlegierung handelt. Und die weiße Abdeckung in Milchglasoptik sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Direkt darunter befindet sich die Kamera. Dieser Gehäuse-Teil besteht aus Kunststoff. Ich beschreibe zuerst den Lampenteil der LC3. Die Lampe hat ein fest verbautes LED-Leuchtmittel mit 700 Lumen. Die Ehrlichkeit der LED-Lampe kann über die EasyBiz-App eingestellt werden. Die App gibt es für Apple und Android-Geräte. Um die App bzw. die LC3 nutzen zu können, muss bei EasyBiz ein Benutzerkonto eingerichtet werden. Danach kann die LC3 über die App eingerichtet und bedient werden. Die Lichttemperatur kann nicht verändert werden und erzeugt mit 3000 Kelvin einen warmen Lichtton. Dieser Lichtton ist mit einer Glühlampe vergleichbar. Die Lebensdauer des Leuchtmittels wird mit ungefähr 30.000 Stunden angegeben. Die LC3 ist nach IP65 vor Umwelteinflüssen geschützt. Das bedeutet, dass das Lampengehäuse staubdicht und gegen Strahlwasser wie starken Regen geschützt ist. Somit darf die Lampe im ungeschützten Außenbereich angebracht werden. Natürlich kann die Lampe auch in Innenräumen verbindet werden. Die Schutzklasse der Kamera wird sogar mit IP67 angegeben. Das bedeutet, dass das Gehäuse der Kamera absolut staubdicht ist und dass es theoretisch kurzzeitig in Wasser eingetaucht werden darf. Aber halt nur theoretisch. Denn insgesamt gilt für die Lampen-Kamera-Kombination IP65. Für den Betrieb der LC3 wird ein 230 Volt Stromanschluss benötigt. Obwohl die Lampe von jedem selbst am Stromnis angeschlossen werden kann, sollte zur Sicherheit ein Elektriker den Anschluss durchführen. Schließlich besteht, zumindest wenn man etwas falsch macht, Lebensgefahr. So, dann komme ich jetzt zur Kamera. Bei der Kamera handelt es sich um eine 4 Megapixel Farbkamera. Die Darstellung erfolgt in Wide Quad High Definition mit dem Format 16 zu 9. Das sind 2560 x 1440 Bildpunkte. Und das entspricht einer Auflösung von 2K. Der wohl wichtigste Punkt neben der Auflösung besteht darin, dass die Kamera KI-gestützt ist. Durch den eingebauten Deep Learning KI-Chip werden Personen bzw. menschliche Konturen nach einer anderen Phase in Echtzeit erkannt. Und das ist wirklich genial, denn hierdurch entsteht viel seltener ein Fehlalarm, der z.B. durch Tiere, Insekten oder durch Pflanzen, die sich im Wind bewegen, verursacht wird. Durch die Bewegung und durch die Grenze ist es nicht anders. Und es wurde gleichzeitig ein Alarm ausgerüstet. Durch das Weitwinkelobjektiv mit 157 Grad in der Bilddiagonalen ergibt sich ein großes Sichtfeld. Das entspricht 140 Grad in der horizontalen und 75 Grad in der vertikalen Darstellung. Die damit verbundene Linsenverzerrung, auch Fischei genannt, wurde physikalisch nicht entfernt. Und in der Software gibt es zurzeit ebenfalls keine Möglichkeit, die Verzerrung zu beseitigen. Eventuell wird dies bei einem späteren Firmware-Update berücksichtigt. Allerdings ist die Verzerrung bei einer Überwachungskamera nicht ganz so dramatisch. Der Winkel des gesamten Kameragehäuses kann am Lampengehäuse manuell eingestellt werden. Mögliche Werte sind bis zu 10 Grad horizontal und 15 Grad vertikal. Die Kamera verfügt zwar über ein fest eingestelltes Weitwinkelobjektiv. Trotzdem könnte der Winkel, mit dem die Kamera horizontal eingestellt wird, deutlich größer sein. Die Kamera verfügt über zwei bildverbessernde Funktionen. Einmal das 3D-DNR. Das ist eine mehrdimensionale digitale Rauschunterdrückung, die das Bildrauschen verringert und gleichzeitig Farbfehler bei Dunkelheit reduziert. Außerdem unterstützt die Kamera WDR. Nein, hierdurch laufen die Videos nicht im Fernsehen. WDR bedeutet Wide Dynamic Range. Hierdurch werden sehr helle Bildbereiche etwas dunkler und sehr dunkle Bildbereiche etwas heller dargestellt. Ähnlich wie man das von HDR-Aufnahmen bei digitalen Fotokameras kennt. Durch diese beiden Funktionen wird das Videobild heller und klarer dargestellt. Das gilt besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen. Außerdem wird die Farbintensität deutlich gesteigert. Eine weitere Besonderheit ist die Nachtsicht in Farbe. Diese Funktion ist möglich, wenn die Lampe zugeschaltet und auf die maximale Helligkeit eingestellt wird. Ansonsten verfügt die Kamera über zwei Infrarot-LEDs, die bei völliger Dunkelheit ca. 10 m weit reichen. Natürlich ist die Bildwiedergabe dann in schwarz-weiß. Die Infrarot-LEDs arbeiten mit einer Wellenlänge von ca. 850 nm. Das bedeutet, dass die eingeschalteten Infrarot-LEDs rot schimmern. Hierdurch kann die Kamera im Dunkeln schnell ausfindig gemacht werden. LEDs mit 940 nm wären hingegen komplett unsichtbar. Aber dieses Thema ist ein eigenes Video wert. Die Kamera ist mit einem Lautsprecher, der sich an der Unterseite des Gehörses befindet, und einem Mikrofon, das sich direkt an der Kamera befindet, ausgestattet. Über dieses Zwei-Wege-Audio kann mit Personen, die sich vor der Kamera befinden, kommuniziert werden. Ähnlich wie bei einem Telefonat. In Verbindung mit der Bewegungserkennung kann der Lautsprecher zusätzlich die Funktion einer Alarmanlage übernehmen. Durch die ca. 100 Dezibel laute Sirene und durch das Licht werden ungebetene Gäste frühzeitig angekündigt. Natürlich kann der Videostream der Kamera aufgezeichnet werden. Und zwar mit 30 Bildern pro Sekunde. Wobei die Bildfrequenz automatisch von der Kamera gesteuert wird. Die Kamera der LC3 zeichnet Videos mit dem neuen Videocodec H.265 auf. Durch diesen Codec entstehen viel kleinere Videodateien bei gleichzeitig höherer Bildqualität. Diese Datenreduktion kommt der WLAN-Verbindung, der Cloud-Anbindung und dem eingebauten Speicherschip zugute. Apropos Speicherschip. Videoaufnahmen können auf den fest eingebauten 32 GB großen Speicherschip erfolgen. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, wie man die Videodateien vom eingebauten Speicherschip auf ein Computer ertragen kann. Und eine zusätzliche SD-Karte kann nicht eingesetzt werden, da es hierfür kein Slot gibt. Leider lässt sich der Videostream auch nicht per HTTPS oder RTSP abrufen. Es wäre schön, wenn das bei zukünftigen Firmware-Versionen funktionieren würde. Denn dann könnte zum Beispiel das Videobild von der LC3 auf ein Fritz Phone angezeigt werden. Und wie sowas funktioniert, zeige ich in meinem Video Fritz Phone Live-Bild einrichten. Durch den eingebauten Speicherschip ist die Übertragung der Videodaten in die Cloud nicht zwingend erforderlich. Aber vielleicht sind die Videodaten in der Cloud besser aufgehoben. Zumindest wenn die Kamera beschädigt oder gestohlen wird. Die Videodateien selbst werden verschlüsselt in die Cloud übertragen und dort verschlüsselt gespeichert. Laut EasyBiz hat nur der Betreiber der Kamera den Schlüssel, um die Videodateien zu entschlüsseln. Und jetzt noch ein Tipp von mir. Bevor ihr die Kamera anbringt und bevor ihr das Videomaterial aufzeichnet, klärt mindestens diese eine Frage. Ist das Anbringen der Kamera und das Aufzeichnen des Videomaterials in meinem Fall überhaupt erlaubt? Ich denke, dass das auf dem eigenen privaten Grundstück normalerweise kein Problem darstellen sollte. Aber sobald auch nur Teile des öffentlichen Lebens von der Kamera eingefangen werden, gelten eine Vielzahl von Regeln und Gesetzen. Also klärt das bitte vorher ab. Ansonsten ist Ärger direkt vorprogrammiert. So, dann komme ich jetzt zum Schluss der technischen Daten. Die LC3, also die Lampe und die Kamera, werden über das 2,4 GHz WLAN-Band mit dem Heimnetz verbunden. Es ist nicht möglich, die LC3 mit dem 5 GHz WLAN-Band zu verbinden. Diese Funktion wird nicht unterstützt. Die LC3 kann nicht nur über die App, sondern zusätzlich durch die Sprachassistenten Alexa von Amazon und den Google Assistant gesteuert werden. Ich komme jetzt zu meinem Fazit. Ich starte mit den zwei besonderen Merkmalen der Kamera. Die Kamera ist KI-gestützt. Hierdurch kommt es viel seltener zum Fehlalarm. Und selbst bei Nacht kann das Videobild in Farbe dargestellt werden. Hierdurch können Personen zum Beispiel anhand ihrer Kleidung viel besser identifiziert werden. Dann wären noch die hohe Auflösung der Kamera, der große Bildausschnitt, das Zwei-Wege-Audio und das das Video aufgezeichnet werden kann. Das Licht der LC3 lässt sich dimmen und durch Bewegung bzw. per Zeitschaltuhr ein- und ausschalten. Außerdem lässt sich die LC3 per App und per Sprachassistenten steuern. Die Verarbeitung der LC3 ist gut, wobei das Design schlicht und dennoch elegant ist. Alles in allem ist die LC3 eine gelungene Kombination, die man so erst einmal suchen muss. Anhand der Funktionen, der technischen Daten und durch die besondere Kombination aus Lampe und Kamera ist die LC3 definitiv eine Empfehlung wert. Vor allem wenn man bedenkt, dass so manch andere Wandlampe, die über keine einzige dieser Funktionen verfügt, teilweise deutlich teurer sein kann. Das waren jetzt richtig viele Informationen zur LC3. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr viele wertvolle Informationen zur LC3 mitnehmen konntet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und würde mich auch über deine positive Bewertung sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Willy, Losere dove sind analy点 Herから 2018 als Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Losere dos quote Donets надо zu machen! Untertitelung des ZDF, 2020